So und weil heute so geiles Wetter hier draußen ist, habe ich mein Training zwischen den Operationen kurz hier raus auf die Terrasse verlegt. Die erste Frage des heutigen Pump and Answer Formates ist, warum eine Plus-Minus-Variante und was genau ist diese Plus-Minus-Variante? Es handelt sich um eine Operation, die an der Wurst durchgeführt wird. Ein typischer Befund ist eine Patientin, die entweder verkapsulierte Silikonimplantate hat, wo die Brust hängt oder wo die Brust generell hängt mit einem hohen Drüsenanteil und die Patientin wünscht sich Implantate. Es wird eine Straffung kombiniert mit einer Brustverkleinerung. Es wird also Drüsengewebe entfernt, zusätzlich wird ein Implantat eingebracht und es wird eine Straffung durchgeführt und ein innerer BH und ein äußerer BH für die Straffung. Was heißt das? Das heißt, wir haben einen Minus-Anteil, wo wir einen Drüsenanteil entfernen und haben einen Plus-Anteil, wo wir es im Implantat reinbringen. Und die Hautüberschüsse werden dann im Sinne einer Straffung verarbeitet mit inneren und äußerem BH. Der große, große Vorteil liegt darin, dass der Drüsenanteil nicht mehr vorhanden ist und dass dadurch die Drüse nicht mehr absinken kann und dass wir dadurch deutlich länger stabile Ergebnisse haben. So, jetzt haben wir ein bisschen was für den Bizeps gemacht und jetzt tue ich auch ein bisschen was für euch. Nämlich die Frage, kann ich mir die Implantatgröße selbst aussuchen? Das heißt, wenn ich zur Brustvergrößerung zu euch komme, kann ich dann sagen, ich bin jetzt beim A-Körbchen und ich möchte jetzt zu einem DEF-Körbchen kommen? Und die Antwort liegt schon fast auf der Hand. Nein, natürlich nicht. Es gibt anatomische Grenzen, an die wir uns halten müssen. Wenn ihr nach diesen anatomischen Grenzen weiterdenken wollt, im nächsten, übernächsten Jahr und so weiter und ihr wollt schrittweise die Brustvergrößerung, kann man darüber sprechen. Aber wir können die anatomischen Grenzen in einer Operation nicht einfach so verschieben. Ist eine Mini-Bauchdeckenstraffung genauso gut wie eine große Bauchdeckenstraffung? Das kann man auch nicht pauschal beantworten, denn tatsächlich ist es so, eine Mini-Bauchdeckenstraffung ist Mini, wie der Name schon sagt, nur im Unterbauchbereich. Vielleicht eine richtige Bauchdeckenstraffung auch in den oberen Anteilen ansetzt, insbesondere da, wo zum Beispiel hier oben sehr viel Hautüberschüsse sind, nach Schwangerschaften, die Rektusdiastase beseitigen kann. Und das alles sind Dinge, die eine Mini-Bauchdeckenstraffung nicht kann. Die Mini-Bauchdecke ist tatsächlich nur im Unterbauch und geht gar nicht über den Bauchnabel hinaus, sodass das zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. So, und ich mache jetzt noch ein bisschen was für meinen Rücken. Gut, nächste Frage. Wadenverkleinung. Ist es gefährlich und wie schnell kann ich danach wieder Sport machen? Grundsätzlich nein, ist es nicht gefährlich, weil tatsächlich alles mikrochirurgisch operiert wird in Blutlehre. Das heißt, ich sehe genau in der Kniekehle, was ich mache und wo die Gefahren sind. Und jetzt zum Sport. Ihr dürft sofort nach der Operation aufstehen. Ihr dürft dann aber erstmal keinen Sport machen für die Dauer von sechs Wochen. Nach sechs Wochen dürft ihr gerne wieder Sport machen. Und ich mache jetzt hier weiter Sport. Okay, ein bisschen gedehnt. Also, nächste Frage zum Thema runde Implantate, tropfenförmige Implantate. Kriege ich mit runden Implantaten eine schönere Projektion hier oben hin und sind die nicht doch vorteilhafter als die tropfenförmigen? Die tropfenförmigen Implantate sind in verschiedenen Ausfertigungen zu haben. Die gibt es beispielsweise in einer sehr, sehr hohen Projektion und einer ultrahohen Projektion. Und dann kommen sie auch schon sehr nah an das runde Implantat heran. Und auf der anderen Seite ist das runde Implantat zum Teil in den oberen zwei Quadranten auch von seiner Abzeichnung her sehr künstlich, sodass man immer fragen muss, was ist eure Zielsetzung? Und danach kann man diese Frage dann beantworten. So pauschal kann man das leider nicht machen. Und das bringt mich gerade auch zu einer nächsten Frage, wann muss ich meine Implantate wechseln? Im Idealfall muss man die gar nicht mehr wechseln. Wir arbeiten heutzutage mit Implantaten der sogenannten vierten Generation. Wir arbeiten hier mit einem deutschen Anbieter, der uns eine lebenslange Garantie gibt. Und wenn der Chirurge alles richtig macht, der Körper mitspielt, das Material spielt auf jeden Fall mit, dann haben wir hier eine lebenslange Lösung und die Implantate müssen nicht mehr gewechselt werden. Ab wann kann ich einen Minilift machen oder bin ich zu jung für einen Minilift? Auch eine sehr häufige Frage. Das Minilift müsst ihr sehen wie eine Nasen-OP. Es handelt sich dabei um eine gesichtsmodulierende Operation. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, ich mache jetzt einen Facelift, weil ich zu viel Verhalten habe oder sonst irgendwas. Das klassische Minilift sieht so aus, dass wir eine Patientin haben, die vielleicht 25 Jahre alt ist oder 30 Jahre alt ist und zu uns kommt und sagt, dass sie mit den Proportionen in ihrem Gesicht nicht einverstanden ist und deshalb Volumina umverschieben möchte. Das Ganze ist über einen kleinen Schnitt möglich und deswegen muss man sagen, gibt es da keine Altersgrenze nach unten. Natürlich müsst ihr volljährig sein und in der Regel braucht ein 18-19-jähriges Mädel auch kein Minilift. Aber ansonsten muss man sagen, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Jetzt habe ich mir wirklich noch den Muskel richtig schön leer gemacht. Also, zur Nasen-OP, wann offen, wann geschlossen. Wir machen selten die geschlossenen Operationen, weil die mittlerweile obsolet sind. Wir sind alle mittlerweile der Meinung, dass die geschlossenen Nasen-OP tatsächlich relativ wenig Sicherheit geben, was sozusagen die Details anbetrifft. Trotzdem gibt es einige wenige Operationen für die Nasenspitzenkorrektur. Wenn das nicht aufwendig ist, da kann man tatsächlich auch mal eine geschlossene machen. Ansonsten favorisieren wir überwiegend, und damit meine ich wir modernen, plastischen Chirurgen, die offene Nasen-OP, weil man mehr Aufsicht hat, mehr Überblick hat und die ganzen Details einfach besser sieht. So, ich habe jetzt das dritte Mal einen Hinweis bekommen von meinem Narkosearzt. Ich muss jetzt rüber. Das war Pump & Answer heute hier direkt aus unserem schönen, sonnigen Dahlem auf der Terrasse. Wir hatten mal das Glück, ähnlich wie bei Venice Beach draußen trainieren zu können. Mal gucken, der Winter kommt bestimmt, dann haben wir nicht mehr diesen Vorzug. Deswegen haben wir es heute nochmal gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Professor Sines.